Aufnahme läuft. Aufnahme-Technung läuft. Ja, also hallo, hier ist wieder Klaus, Unternehmer Klaus, vom Frauenteam. Und ich habe jetzt also, ich muss jetzt mal hier aus, ich muss jetzt mal rechts fahren. Was sind das für kleine Straßen hier? Wie gehe nach rechts ab? Ja, da habe ich mir das gedacht. Da hänge ich ja schon wieder fest. Da hänge ich ja schon wieder fest. So habe ich mir das gedacht. So habe ich mir das gedacht. Ich muss weiter zurückfahren. Und jetzt muss ich sehen, dass ich in die Weißung fahre. So. Dann komme ich dann wieder schon was los hier. Dann hänge ich da fest. Verdammt dummer. Hübsch. Ich möchte einfach nur daraus fahren. Da ist die Treppe jetzt hier noch. Und würde... Fahre ich da schon wieder aufhänge? Ich glaube da ist schon wieder eine Treppe hängen. Was ist das für ein Scheiß? Das ist meine Treppe, oder? Okay. Und jetzt muss ich jetzt sehen, dass ich hier ausgemacht habe. Aus meiner Geige. Ich habe jetzt schon große Mühe überhaupt da rauszukommen. Ja, so nicht. So nicht. So nicht mein Lieber. Okay, weiter. Stopp. Ja, was ist das hier für eine Geschichte? Was ist das hier für eine eigene Geschichte? Ich muss jetzt hier umbiegen. Ich komme hier nicht raus. Jetzt komme ich raus. Ich hoffe doch, ne? Ich bin noch ganz vorsichtig gefahren. Nein. Wo war ich? Das war ein Schwiegerakt hier. Wiege nach rechts ab. Das war ein Schwiegerakt. Das hab ich auch noch nicht gehabt hier. Neunbekannte Ort. Das ist eine komische Treppe. komische Treppe. Also die Ware muss nach Hamburg. Ich muss ein Stück trinken hier. Ich bin Klaus, der Unternehmer, der selbstfahrende RKW Unternehmer. Ich habe meinen Stammsitz in Stuttgart. Ich habe dort ein Frauenteam, das arbeitet sehr fleißig. Deshalb ist mir gerade schon wieder Geld hier. Ternita ist aufgestiegen, die hat also gerade den Entscheid gemacht. Da freue ich mich für Ternita. Und ja, jetzt habe ich gerade eine Filiale gegründet. Ich fahre jetzt von der Filiale aus an die Tour nach Hamburg. Meine Filiale ist in Düsseldorf. Also ich habe in Düsseldorf eine Filiale gegründet. Mein Stammsitz ist in Dorn ist in Stuttgart. Stuttgart in Düsseldorf. Ja, und die nächste Filiale vielleicht soll nach Hamburg oder nach Tansik kommen mal sehen. Also jetzt geht es immer darum, die Ware von Düsseldorf nach Hamburg zu bringen. Ich verstehe noch nicht genau, wieso ich jetzt hier Motorfunktion sollte umgehen sofort in die Werkstatt fahren? Umgehen sofort machen wir das? Okay, machen wir das. Okay, machen wir das. 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 Machen wir mal dahin zur Werkstatt steppen. Okay, ja. Okay, lass uns eine neue Route finden. Neu berechnen. Also, Emma ist auch aufgeschrieben. Müllöffel. Meine Frauen arbeiten alle gut. Mein Neukabel muss noch verhindern. Der ist dann nicht überall. Der steht jetzt nur auf dem Hof. Muss noch den Aufstieg geben. Muss noch ein Stück zurückfahren. Da. Stopp. Ja, da muss ich hin. Dann noch ein Stück vorfahren. So, jetzt eingeben. Jetzt einmal Wartung bitte und Repartout durchführen. Ja, das kostet mich 10.000 Bauern. Das ist so ein großer Schaden. Am Fahrwerk, am Getriebe. 14% am Fahrerhaus. Hier macht das. Die wird 10.000 weg von den 50.000. Und dann, ähm, kommen wir weiter nach Hamburg fahren, ne? Kommen wir weiter nach Hamburg fahren. Dann brauchen wir nicht. Könnte behalten. Ich brauche jetzt meine, ich brauche jetzt meine Route hier. Ich brauche jetzt mal hier raus. Wo muss ich jetzt hier ran? Ja, wieder in der schwierige Verkehrssituation. Da haben wir Stau. Und hier haben wir, also der Verkehr ist schon mal schwieriger als bei mir in Stuttgart. Das sehe ich schon mal. Ja. Da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir uns hier so rein streichen. Ja, der Wildmann sind da rein. Links halten und dann links abbiegen. Ja, bin ich dabei. Das ist schwierig hier. Das ist schwierig hier. Die Situation ist schwieriger als in Stuttgart. Ich stoppe jetzt. Okay, nach rechts ab. Ich stoppe jetzt mal. Ja. Also jetzt muss ich von Düsseldorf hier, habe ich eine Tour geholt oder wo war das in Düsseldorf? Ich weiß gar nicht mehr. Das war Düsseldorf. Jetzt habe ich eine Tour abgeholt. Ich wollte eigentlich nur eine Tour nach Düsseldorf holen. Da habe ich eine Tour nach Düsseldorf holen. Ich habe eine Tour nach Hamburg bekommen. Als neue Unternehmer. Ich habe dann gerade meinen Floraus sehr lange kaputt gefahren. Ich fängt gut an hier in meiner Filiale. Okay. Ich muss also das Geld verdienen. 20.000, 20.000, 18.000 habe ich täglich zu bezahlen für meine Kredite. Was ist los hier? Was ist das für ein Choice heute hier? Was ist das für ein Choice heute hier? Ich gehe jetzt in der Meisterstufe oder woran ist das? Das ist hier so eine schwierige Situation. Aber schwierige Einfahrten, schwierige Ausfahrten, schwierige Kurven, dass ich in den Kurven hängen bleibe. Bisher bin ich nie in den Kurven hängen geblieben. Aber jetzt in der Meistergruppe bleibe ich dann weiter hängen. Oder ist der länger? Ist der andere? Ist der weiter? Ich weiß es nicht. Ja. Also ich bin jetzt Unternehmer mit einer Filiale. Stammsitz ist Stuttgart. Filiale ist in Düsseldorf. Und ich fahre jetzt von Düsseldorf nach Hamburg eine erste Tour. Um, ich weiß gar nicht, wie die bezahlt wird. Um dann ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist die fünfte oder die sechste Tour heute am Tag. Und das sind wieder drei und vier Kilometer noch. Und wir haben schon wieder 20 Uhr. Um 20 Uhr. Nicht meine Zeit. Dadurch, dass ich wieder fest hingekommen bin, festgegangen bin, dann nicht rausgekommen bin, bin ich schon wieder genervt. Und bei der fünfte Tour bin ich sowieso genervt. Oder bei der sechsten. Und da ist das für mich auch eine schreckende Arbeit. Also wieder 400 Kilometer nach Hamburg. Die fünfte, sechste Fahrtorten. Ja. Also Geld haben wir gut verdient. Ich habe jetzt 30.000. Ich habe jetzt 40, 50.000 auf dem Konto. Meine Frauen arbeiten auch. Den neuen Mann eingestellt. Der wird dann auch bald Geld bringen. Hoffe ich. Jetzt müssen wir erst mal nach Hamburg fahren. Also ich fahre auch immer noch mit. Ich muss noch mitfahren. Das Unternehmenssekretär noch nicht selber. Obwohl die Frauen fleißig arbeiten. Ich hoffe, dass ich die Kale auch dazu bekomme. Und dann sehen wir mal. Jetzt habe ich jetzt einen Manuel eingestellt. Der hatte schon mal zwei ADR-Scheine. Der hatte schon einen, zwei Fernfahrer-Scheine. Und dann hätte ich aufgeschickt. Und ähm. Was machen wir jetzt hier. Willst du mir helfen. Oder? Der ist irgendwie entspulsvoller, jetzt auf einmal, ich weiß nicht genau woher, aber sie weiß, und dann bleiben sie immer geradeaus, und das kann man doch schon, das kann man doch schon, und das geht da hinten wohin, da bin ich knapp, genau, ich schneide den Ball jetzt hier, ja, also auf den Hamburg, die Hamburg-Uhr in sich weiter, und da nicht, da geht es nach Duisburg, da geht es nach Hannover und Dortmund aus dem Bruxen, genau, da wollen wir hin, ja, also Unternehmer mit einer Filiale, jetzt habe ich also zwei Filialen zu betreuen, einen Stammsitz, und dann habe ich den Filialsitz in Düsseldorf, bei 170. Ja, Kredite haben mich voll ausgeschöpft, bis auf 50.000, und die Non-Acquis in der Filiale möchte ich mit dem Non-Acquis, mit dem Non-Acquis auffüllen, der ist ein bisschen stärker, den fahre ich selber auch, und von daher, ja, und müssen wir mal sehen, was wir dann profitieren wollen. Ja, also mal gerade aus der Träger, in die Lugelheit hinein, in die Nacht, was haben wir gemacht, also, da muss ich ja, auf drei Spuren oder zwei Spuren, ich weiß nicht genau, da werde ich die Reste beholt, dann fahre ich auch noch mal erst, aber, so, da geht es nach Hamburg um, ich war wieder unsicher hier, ich pente wieder zwischen den Fahrspuren hin und her, vielleicht, weil ich nicht so müde bin, oder, ich war 90 im Moment, jetzt sind wir hier in die Mitte oben, jetzt sind wir hier hin, okay, also, 250 Kilometer immer noch, ich fahre mal die nach rechts oben, also, meine Fahrweise ist kriminell, ich weiß, die ist kriminell, so ich stehe jetzt überholen, oder, bittet ihr mich um das überholen, oder, was macht ihr jetzt hier? Was hat die Auflage geschehen, oder was? Die hat die Hände in den Schwenkchen gemacht, die Hände in den Schwenkchen gemacht, und mich zu irritieren oder wie. Der hat Angst um seinen Nack. Das ist seine Nackkratze. Da geht es jetzt in Hamburg. Ja sowas hat ja auch weniger Schaden hab ich. Also 239 Kilometer hab ich noch. Ich muss da hin jetzt irgendwie. Zwei Stunden Zeit noch weiterfahren. Immer dranhängen, ist egal. Einfach dranbleiben, mehr nicht. Jetzt geht es in der Rest ab für den. Jetzt geht es in der Rest ab, ja. Wieder rechts runter. Dann gibt es da Berlin, Hannover, Osnabrück. Ich sehe wieder nichts hier. Es wird immer dunkler und im Dunkeln sehe ich wenig. Papi sieht gerade aus, ja. Papi sieht gerade aus. Heller sagt nichts. Also bin ich richtig. Okay. Also jetzt Filial in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob das ein guter oder schlechter ist. Ob Orte besser sind oder schlechter als andere. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich im Zentrum von NRW. Aber was ich schon sagen kann, ist dann die Verkehrssituation, da viel schwieriger ist, als sie dort in Stuttgart. Ich will das einen dort fahren. Auch die Kunde dort. Kann natürlich auch mit meiner Meisterstufe zusammenhängen. Aber weil ich jetzt Meister bin, in der Meisterstufe, dass der Simulator mir da besonders trägige Aufgaben wünscht stellt. Fiese Aufgaben, noch fieser als sie bisher schon waren. Das Fieseste vom Fiesesten überhaupt. Ansonsten, Sam Murphy's Resolution der Begratter. Was haben wir jetzt da? Was haben wir 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 da? Okay, haben wir geschafft. Haben wir da gestanden? Ja, also vier, fünf, sechs Touren. Ja, hier drei, vier, fünfhundert Kilometer, das ist zu viel. Meine Leute in Stuttgart, die arbeiten waren nur zwei Touren und bringen auch ihr Geld. Und ich als Chef meinte, ich müsste vier bis sechs Touren machen. Also mehr wie sechs geht, sowieso nicht. Habe ich auch noch nie gehabt, sechs Jahre durch die Grenze zu sein, aber da mache ich schon einen Fehler. Ich habe keinen Unterschied. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe die Grenze zu viel mit. Ich habe die Grenze zu öffnen, weil ich es nur fünf Jahre lang. Ich habe die Grenze zu sehen, wir sehen. Ich habe die Grenze zu viel mit. Ich habe die Grenze und angst. Und das habe ich schon mal gut, die Grenze zu sehen. Okay, haben wir also in der Baustelle in Lund fallen, da muss man sehen, dass wir ein bisschen aufholen. Da geht's in Hamburg, ja, da geht's in Amsterdam, wo er bekannt ist, weil wir auf Hamburg wohnen und bleiben. Hier wollen wir bleiben, da geht's in Hamburg, Bremen, genau, da wollen wir hin und in die Dunkelheit hineinfallen. Sieht zwar nicht viel, aber, ja, wenigstens am Leuchten da, um Leuchten zu machen, wo sie meint er eben. Tja, also nachts fahren ist nicht meine Sache, hab ich schon gesagt, als Älter ist es nicht sowieso schlecht, auch hier im Bildschirm. Und, äh, vielleicht will ich manchmal die Schiene rausmalen, vielleicht ist es ein bisschen besser. Hier kann mein Tablet ist anders, verstehe gar nicht warum. Und das Tablet ist anders, mein Tablet ist voll beleuchtet, ich verstehe aber nicht warum, ich weiß nicht wie, ich weiß mit meinem, wohnen, 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 wohnen. Ich bleibe im Hintergrund, hänge mich hier dran und komme dann so auch ins Ziel. Es ist weniger anstrengend. Es entspannt einfach an. Wo ich dann nur sehe, dass ich nicht so schnell bin. Jetzt habe ich 79 Jahre erreicht. 79 komme ich auch an den Zielen. Die Kilometer haben wir noch 92. Hurra. Wie kommen denn die Zielen her? Die sind bald da. 92. Das ist ja positiv. 92 Kilometer, noch eine Stunde bin ich da. Vielleicht hätte ich das gedacht, das gehe ich schnell. Wie sieht es mit dem Denken aus? Ich denke, reicht noch. Mache ich dann von Hamburg in die Schnellhochfahrt nach Stuttgart. Und ich mache. Oder nach Düsseldorf. Ich kann eine Schnellfahrt machen. Von einem Standort zum anderen. Und wenn ich spiele es eigentlich da und da. Kann dann sein, dass ich nach dem Wahnsinn. Also der Anhänger sollte eigentlich da in der Filiale sein. Und den Manuel sollte ich mir auch mal anschauen. Und der sollte sehen, dass ich hier der Chef bin. Das war Arbeitstier. Ja. Ich habe immer weiter. Ich mache immer gerade. Das ist immer in der. Daher. Aber ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Ich habe mir eine Länge gedauert. Und wo ist meine NATO Länge? Ich habe mich. Der bümscht mich hier aus, okay. Und ähm, ich wollte mal testen, ob ich es schaffen bin, irgendwie. Jetzt sind wir gehe ich in Hamburg. Wir sind schon fast in Hamburg, sicher 30 Kilometer sind wir noch. Von Mappela dort entfernt. Ja, hurra. Gott sei Dank haben wir die fünfte Sekretur jetzt auch geschafft. Ich bin grün, Leute. Ich kann kaum mehr sitzen. Was haben wir jetzt da in Hamburg? Ja, jetzt kommt gleich die Abfahrt. Jetzt aufpassen. Wenn ihr sagt nix, hey, ja. Ich sag mal was. Ich muss es nicht... Okay, machen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Und ein Tuch, ja. Okay. Also der Auflieger wird natürlich einen Schaden haben. Der EKW hat da einen Schaden. Bei dem Ausgang hier in Nord. Hoffentlich ist es mit dem Einfall. Mit dem Einfall ist ich auch wieder problematisch. Ah. Ja. Soviel also mal aus dem Leben eines Unternehmers. Und den fangen wir jetzt mal hinterher. Als Unternehmer sollte ich weniger arbeiten. Und nicht hier versuchen da noch einen Rekord aufzustellen. Bin sechsmal fein am Tag. Aber jetzt heute habe ich die Garage gekauft. Ich habe im anderen Geschäft noch eine EKW gekauft. Und da hatte ich jetzt einfach was als Bedürfnis. Ja, Geld zu verdienen bis hin zu fahren. Nach dem Stress. Nach dem Kaufstress. Ich weiß nicht ob die warten jetzt. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Okay, machen wir das. Jetzt sind wir gleich da. Was wir dann an der Aufstellung bekommen. Muss ich sehen, dass wir wieder am Deck kommen. Guck mal. Nach rechts ab. Okay, sind wir rumgekommen. Und äh. Wie wir hier das weiter. Ja, ich links abbiegen glaube ich, ne. Links halten. Und dann links abbiegen. Das sind wir gleich gleich abbiegen. Links halten. Und dann links abbiegen. Okay, so. Das ist natürlich auch. Biegen nach links ab. Okay, weiter geht es. Jetzt also hier rein. Aber jetzt hier rein, oder wie? Hier rein. Okay, es scheint auch okay. Haben wir das sehr vornehmlich gut hingebracht. Hier haben wir auch mal Licht. Wenn sie behalten, haben wir nicht. Habe ich keine Zeit für. Ausgezeichnet sagt er, er kommt zu glauben. 14.000 verdient. Sehr schön. Ich bin Level 20 Meister. Kann ich nicht glauben, aber lassen wir das machen. Es gibt ja so Lügen, die hört man gerne. Also, gut ab 8.000. Sieht super aus. Also, da kann ich mir auch noch, da kann ich mir morgen noch die Zinsenlasten. Haben wir die Zinsenlasten verdient? Und ein Großteil davon, der ist vermogen. Okay, Leute. Das war's von hier. Aus dem Lautsitz noch voll gut klauen.